Die Naturschutzgebiete Und wir hier heute im Rahmen eines Events zur Biotoppflege eingeladen worden sind. Wir gucken uns jetzt mal ein bisschen um, vielleicht finden wir gleich auch noch jemanden, der uns ein bisschen mehr dazu erzählen kann. Na teilweise kann man schon fast denken, dass man hier Casher Autobahnen anlegt. Im Wesentlichen sind heute ja bis jetzt Bäume zurückgeschnitten worden, das Schnittgut gesammelt worden. Normalerweise gibt es hier, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, auch großzügige Wasserflächen. Z et는 Plast dånbergnöse KÖZEN Die Naturschutzgebiete Der Fenster Der Fenster Die Naturschutzgebiete Die Naturschutzgebiete Der Fenster Das schöne Die Naturschutzgebiet Der Fenster Ich würde aber, aus meiner Erinnerung, aus der Kindheit, ich würde schwören, das Pferd wieder geht, das Pferd geht. Das Pferd geht. Ich habe euch ja vorhin schon erzählt, dass wir heute hier im Naturschutzgebiet unterwegs sind, in der Kiesgrube Dünsteckhofen. Und hier ist der Till, der kann euch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Genau, die Kiesgrube Dünsteckhofen ist bis Mitte der 90er Jahre aktiv in Betrieb gewesen, ist dann außer Betrieb gesetzt worden. Ende 1999 ist sie komplett unter Naturschutz gestellt worden. Der Bereich, in dem wir heute aktiv sind, ist bereits 1989 als Naturschutzgebiet ausgewiesen worden. Und das ist der Teil Dünsteckhofener Teiche, das sind flache Gewässer im Frühling. Momentan können wir hier trockenen Fußes arbeiten, aber mit der Witterung im Winter und im Frühjahr gibt es hier wieder Wassereinstand. Wir stehen hier etwa 20 Zentimeter Wasser. Und wir hatten im letzten Jahr hier mehrere hundert Laichballen vom Springfosch drin. Und wir gehen davon aus, dass der Lauchbosch jetzt auch, wenn es wieder sonniger wird, sich hier weiter drin ausbreiten wird. Ja, ganze Aktion heute mit den Geocachern zusammen, um Geocaching und Naturschutz zusammenzubringen und hier was für die Natur zu erreichen. Und was haben wir hier alles gemacht? Wir haben insbesondere Weiden zurückgeschnitten. Einige Weideninseln bleiben stehen, aber das, was in der Fläche sich ausbreitet, wird dann zurückgenommen, sodass das Wasser nicht zu sehr verdunstet wird für die Weiden und dass auch die Sonne dann ans Wasser kommt, weil die Amphibien es gerne warm haben möchten. So, das war jetzt der Tag in der Kiesgrube Dünsterkofen. Ich hoffe, wir als Geocacher konnten hier ein bisschen was bewegen. Auf jeden Fall hat das Event eine Menge Spaß gemacht, einige interessante Leute kennengelernt und ich mache mich jetzt schon mal vorzeitig ein bisschen auf den Weg. Naja.